Vielen Dank. Vielen Dank. War der hier schon drin? Ja. Nein, alle haben das schon irgendwie zugemacht. Das war rumgeschüssig. Ja. Nicht zu Hause, aber ich mache das selber. Ich habe einen Keller gemietet und da meine Werkstatt eingewischt. Das war die, die ich hier so machen. Das war die, die ich hier so machen. Ich bin hier so. Ja, das ist ein Demi. Trinkt man das so? Ja. Ja, das war da. Ja, das war da. Dann bin ich halt zuvalidiert. Hallo, bist du das erste Mal auf dem Designnachtsmarkt? Das allererste Mal? Und? Gefällt es dir? Oh ja, super! Das ist geil. Wie viele kosten denn die Ketten? Sind Sie das erste Mal beim Designnachtsmarkt? Was kosten denn die Jackets? Die Jackets kosten 200 Euro. Aber heute kannst du sein, was du hier um, ich bin auf zwei Uhr. Was macht er denn? Ich bin hier. Das ist schon, ich bin hier. Nurkos in특rächtig. Gefolge in Geräusche. Das ist kein Rä Braun. Verwann auf dem Gäste. Und das ist immer noch ein Häufchen. Ich hab einen Schatz. Ich habe einen Schatz. Ich bin hier so. Vielen Dank. Erste Mal beim Designersmarkt? Ja, genau. Aber sehr schön. Ich fände die Location. Toll, ne? Ich fände die Location. 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 Ich fände die Location.